Okidoki Leute, dann schauen wir mal was wir heute im wahren Sortiment finden werden, wa? Hier Timmy ein Level vor? Hm, was ist denn das für ein Level? Egal, wir schauen es uns an. Jedenfalls in letzter Zeit, ne, werden mir sehr viele Super Mario Maker 2 Online Videos von vielen verschiedenen deutschsprachigen Personen angezeigt. Beziehungsweise die Videos werden mir empfohlen, ich dachte schon, dass ich hinfallen werde. Habe ich irgendetwas verpasst oder so? Ist irgendetwas passiert? Hat jemand Geburtstag gehabt oder so? Also, Super Mario Maker 2 baut ja gerade ordentlich rein. Heute auch, mir hat eine Person auf Discord geschrieben und meinte, ey, bist du dieser Kancha, der auf Toadette steht? Normal, Mann, ich bin dieser Kancha. Und by the way, es gibt nur einen Kancha, deswegen Kanchario. Voll cool, ey. Ich habe in den letzten Monaten so oft darüber gesprochen gehabt, dass ich Toadette liebe. Ja, ich hab sie gern. Was soll ich machen? Und irgendwie bin ich jetzt bei dem einen oder anderen bekannt dafür. Voll nice. Toadette wurde ja eine Zeit lang, glaube ich, nicht gemocht, ne? Deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich muss das ändern. Naja, die kleine Gemeinschaft, die ich erreichen konnte. Ähm, ja. Das hat mich ebenfalls froh gemacht. Vielleicht kann ich später größere Gemeinschaften erreichen. Warum nicht, Mann? Jedenfalls, was ist das für ein Schrott-Level, ey? Ich schnacke und schnacke. Ohne Sinn. Aber, das ist ja der Kancha. Ne, das ist Kanchi dann. Egal. Ähm, okay, ich muss mich wohl treffen lassen. Willst du mir sagen, ich habe das Ziel erreicht, ohne zu failen? Ey, ich sollte öfter reden. Also, gleich von Anfang an, ohne mir jetzt allzu viele Gedanken über das Spiel zu machen. Das passiert mir voll oft auch in Super Mario Sunshine. Da war irgendein verrücktes Level im Weltall. Und ich bin die ganze Zeit nicht darauf klargekommen. Dann habe ich so getan, als ob ich, ja, einfach mal ein wichtiges Thema, ich sag mal, abhandeln würde. Was ich nicht gemacht habe. Ich habe halt darüber geredet, wie ich mir gerade vorstelle, zum Dönerladen zu laufen. Und ich habe das Level geschafft. Ich habe es original geschafft, Mann. Wurst. 0,31 Prozent. Ey, wollen wir uns das Level anschauen? Ups, ich habe auf A gedrückt. Nun ist es zu spät. Ich kann nicht mehr zurückkehren. Weil ich aber, wenn ich will. Hm. Hm. Ja, 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 natürlich. Was soll das, Mann? Ey, das ist doch nervig, das Level. Das Level ist echt nervig, ich sag's euch. Ein anderes Mal vielleicht. Wobei. Ein Versuch. Irgendwie hat das Level etwas an sich. Hm. Hm. Hm, hm. Versuch's nochmal. Oh mein Gott. Zumindest habe ich mich nicht treffen lassen. Das ist ja schon mal ein Fortschritt. Oh. Oh mein Gott, da war ich zu schnell. Soll ich das noch einmal ausprobieren? Mist, ich bin so ein Sturkopf. Kann ich aufhören? Oh mein Gott. Ich habe mich wieder treffen lassen. Das ist voll bitter, Mann. Wow. Wow. Oh mein Gott, ich bin so genial, aber auch nicht. Wieso ist da ein Block? Das ist voll hinterhältig. Oh mein Gott, ich bin so ein Sturkopf. Schon wieder? Als ob der Levelersteller oder die Levelerstellerin davon ausgegangen ist, dass man dort sowieso automatisch reflexartig springen wird. Na toll ey, ich wurde angepickst. Wisst ihr wie schlimm das ist? Wurde dir schon mal beim Reden angepickst? Ich ja, zum zweiten Mal. Autsch. Ich bin doch gesprungen, Mann. Ey, sag mal, Loverblub, das willst du denn von der City? Der letzte Versuch, ich hab die Faxen dicke. Aber sowas von. Oh mein Gott, ey, willst du mich reinlegen? Was soll ich jetzt machen? Hier muss irgendwas Verstecktes sein. Du gehst mir sowas von auf die Nerven. Irgendwo hier muss eine Ranke sein. Aber schönes Level. Ah, ich hätte dem Level ein Teilchen geben können. Boah, was ist denn das? Super Mario 3D World? Boomerang Badlands. Part of her Series. Ey, das Level schauen wir uns an. Das Thumbnail gefällt mir jetzt schon. Luigi. Klassisch und Rätsel. Bitsley. Das ist der Name. Wow, wie sozial, ey. Das Level beginnt mit drei Münzen, Mann. Gib mir den Pilz und ich bin weg. Ist hier eine Münze? Eine Boomerang-Blume. Are you kidding me? Hier ist eine Münze. Das ist so cool, Mann. Upsa. Oh, Mann. Oh, nein. Ey, das ist doch nicht mehr normal. Jetzt reicht es mir. Na toll. Gibt es keine Boomerang-Blume mehr für Kancha? Upsa, Spin mal. Sehr gut gemacht. Ne, das war's doch. Ey, sag mal. Hallo. Ey, wie aggressiv muss man denn sein? By the way. Heute ist Freitag. Entspann dich. Du warst auch Wochenende. Oder nicht? Nein, Mann. Wo war die Boomerang-Blume? Hier. Wow, die Münze nämlich mild. Einfach nur so. Ey, ich wollte dich gern nicht, weil es jetzt passiert, ey. Pass auf. Wow, wow. Weg mit dir. Ich hab auf Y gedrückt, aber hat nichts gebracht, weil mein erster Boomerang gerade am Start war. Was soll das, Mann? Ist hier eine Boomerang-Blume? Da ist ein Hammer. So, wie bekomme ich den? Hey, da ist ein Hammer. Wie bekomme ich den? Oh, nein, ey. Ich bin so stupid. Ey, pass auf. Hallo, ich will da rein. Ey, bitte mach keine Faxen. Irgendwas muss ich da reinwerfen. Mich selbst kann ich nicht reinwerfen. Ich hab's versucht. Über den Pilz. Wobei, brauche ich den Pilz, wenn die Boomerang-Blume sowieso kommt. Spin, spin. So, okay. Konzentration. Ich will ein bisschen vorankommen. Miss, 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 miss. Oh, das gibt's doch gar nicht, ey. Ich bin so crazy, mein Mann. Ja, ihr habt recht. Deshalb daran. Ja, 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 sorry. Sorry. Ich bin nur so ausgerollt. Geh mir dein Auto. Oh, nein, falsche Richtung, Mann. Oh, nee, ich mach ihn fertig. Oh, geil. Wie cool war das denn? Das war gar nicht so geplant, Mann. Wie hab ich mich jetzt von meinem Auto verabschiedet? Ah, gar nicht mal so verkehrt gewesen. Voll skillig. Alles. Keine Absicht gewesen. Okay, okay, I have the checkpoint final and now I am done. Hallo, ich bin hier. Wo ist today? Oh, danke, Bulli. Oh, Bulli hat mich voll gesaved, Mann. Ey, warum denn da nur Münzen? Vielleicht was? Ist hier eine Blume? Nope. Ui, rüber da, komm jetzt. Sehr schön. Dieser Bruder kann richtig hochspringen, ey. Okay, wieso ist da eine Kiste? Hey, soll ich mich um die Kisten kümmern? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, warum sind hier Kisten? Vielleicht symbolisch gemeint, also aus Dekorationsgründen. Kann man auch machen, Weihnachten. Bin ich schon wieder in der Boomerangblume, ey. Ich brauch nur eine, danke. Ich hab ihn getroffen. So ein Noob, ey. Nein, 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 lass mich. Geil. Jetzt geht's los, Mann, ey. Ein Original? Nee, zwei. Zwei, nee, drei sind richtig. Ich glaube, ich spinne. Das passiert mir zum ersten Mal, glaube ich. Part 185. Es gibt immer noch so einiges zu lernen, Mann. Geil. Komm her. Oh, Dale. Komm her. Ey, da gibt es auch nur zwei von. Den beiden Gegner. Oder Gegnerinnen, das sind ja weibliche Charaktere. I am sorry. Pass auf, Mann. Irgendjemand von euch hat den Schlüssel. Danke. Vielleicht gibt es hier Boomerangblumen. Na egal, jetzt ist es sowieso zu spät. Hä, es geht noch weiter oder was? Ich hab mal kurz die Lage ab. Oh, hier ist ein Wunderpilz. Na toll, was siehst du mit? Ist nix. Auch nix. Ey, ich fühl mich voll reingelegt. Oh, Mann, ey. Ich fühl mich so, als ob man mich reingelegt hätte. Na egal. Das Level ist ja sowieso zu Ende. Indy. Wie cool, ey. Ist da oben was? Pff. Ich möchte nur einmal gucken, was da oben ist. Da könnte ja etwas sein und so. Hä? Willst du mich reinlegen? Da ist was oder wie? Nee, ich glaub nicht. Egal, wir beenden das Level, Mann. Kein Bock mehr, ey. Hä? Wieso hab ich die Blöcke nicht gesehen? Oh, joh. Okay, das war's. Ich hab original die Blöcke dort nicht gesehen. Hooray! It's me, Leji. Okay, Level beendet. Was gibt es denn noch so im wahren Sortiment, ey? Beenden. Hat Spaß gemacht. Hm. Annabelle Position. Aber das Level haben wir schon mal. Boah. Hm. Irgendetwas, was gleich auf Anhieb optisch ziemlich cool aussieht. Hier. Busa's Secret Castle. Wer ist denn Busa? Busa's Castle, Bad Secret. Schauen wir uns an. Dann hätten wir uns um diesen Spaß auch gekümmert. Nice. Ein schöner Abschluss. Super Mario World. Mal gucken. Vielleicht krieg ich das irgendwie gar nicht zu Ende. Vielleicht hör ich jetzt gleich in den nächsten Sekunden schon auf. Oh, ich check das nicht. Oh, was ist das, ey? Ich check das nicht und so. Galumba kommt mit morgen. Mist. Oh mein Gott. Das war gar nicht mal so verkehrt, was ich gemacht hab. Oh nein. Das war gar nicht so verkehrt. Das war echt nicht verkehrt. Galumba kann ich ja sowas wie ein Trampolin benutzen. Einen auf den. Geh mal weg, doch. Ich bin den Pilz. Komm mit mir, Kumpel. Nee, genau den schmein ich. Ach, verdammt. Ich bin so ein Noob, ey. Wieso hab ich denn die toten Köpfe nicht gesehen? Sorry, Galumba. Aber ich glaub, bei dir ist alles okidoki. Oh nee, ne? Oh nee, ne? Ein P-Ballon? Oh, pass auf, Mann. Ich hab auf Y gedrückt und dann ist das passiert. Oh nein. Ich bin weg vom Fenster. Oh mein Gott. Ich bin doch am Leben. Das war ja nicht geplant so. Das ist Baroza Junior, aber wollen wir ihn besiegen? Natürlich, machen wir's für eine Frage, Junge, ey. Hol die wie ein Schlüssel, Mann. Ah, ich hab die Clown-Coatsche getroffen, aber Baroza Junior ist unser Zählmann. Nice. Ich hab die Fire Flower, beziehungsweise die Feuerform noch. Kommt da was raus? Da kommt nix raus, Mann. Hm, okay. Die Party geht also hier. Würdest du mir sagen, das Level endet jetzt? Das wäre ziemlich laut. Da ist Bowser, Mann. Komm mal. Mist. Oh, wie cool. Hier ist eine Feuerblume. Hier ist eine Feuerblume. Ich weiß nicht, ob ich mich freuen soll. Oh mein Gott, was war's mit meiner Karriere? Egal, ich werd gar nicht so Rapper. Nein. Nee, lieber Model. Model. Ja, dann gebe ich... Oh, jetzt kann ich nicht mehr sprechen. Dann bekomm ich Klamotten. Umsonst. Schöne Grüße von meinen Sprachfehler. Der eigentlich gar nicht existiert. Nur ich nenne das so. Warum nicht? Selbstironie. Und was machst du denn da, ey? Hm, schön besiegt. Oh, nee, ne? Irgendwie so ein ungutes Gefühl. Wie krieg ich denn diese Blöcke hier kaputt? Hä? Ich meine, ich kann hier die Blöcke kaputt machen. Aber wie krieg ich denn die unteren? Gott. Hier, die krieg ich kaputt. Was? Oh mein Gott. Ist ja cool. Was bist du denn für eine Kutsche? Du bist ja gut. Cool, man. Rein da, komm schon. Das wäre so eklig, ne? Hm, schon wieder in Ruhe. Geht's noch weiter? Ah, okay, 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 okay. Lass dir nicht reinlegen. Auf einmal kommt da noch ein Lava-Block. Aber nein, das war's. Schön, Leute. Hat doch gut getan. Luigi, sag Peace. Peace. Okay, nice. Hat Spaß gemacht, wie bereits erwähnt. Ich könnte das nochmal sagen, aber ich glaube, das wird dann zu viel in der Kürze. Okay, aber das war's wirklich. Danke, dass ihr da wart. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ich hoffe, dass wir uns in den nächsten Parts wiedersehen. Macht das gut und tschüssi Leute.